Ich habe nämlich ein schwarzes Schaf entdeckt So, ich krabbel jetzt hier oben auf den Berg und dann kann ich von da oben sehen, wo die Endermans sind So, der Mond geht auf Die Sonne geht unter Jawoll Man bräuchte sowas wie ein Fernglas Oh, da ist ein Huhn. Meinst du, das kann fliegen? Stimmt Oh, ich habe es gewonnen Und da ist der erste Zombie Ein Zombein Okay, es wird Nachts Jetzt müssten langsam die Kreaturen spawnen Davon, ich rede nicht von Schafen Hallo Hundi So, da hinten ist eine Herde an Spinnen Bäh, voll erwischt Lace, wo bist du? Hinter dir Achso Ist das da alles? Was ist denn das da unten? Ich bin am Verrugger Was ist denn das da unten? Ich weiß nicht, was du siehst, aber ich sehe eine Wüste Ja Ami, 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 am Est Alles voll schwarzen Steinen da unten Ja Dann siehst du irgendwas seltsames Und kleine Löcher und sowas Ja, dann siehst du wirklich was seltsames Ja, du bist runtergefallen Bullshit Wieso bist du runtergefallen? So Ich muss ganz kurz mal auf K Gut Oh, ich bin auch tot Verdammt Ich habe gedacht, ich habe es ins Wasser Jetzt habe ich voll gefällt Habt ihr es gesehen, meine lieben Freunde? So fällt man richtig So, wir laufen jetzt gerade mal da hinten in die Wüste und holen unsere Sachen wieder Und zwar so schnell wie es geht, bevor sie weg sind Lalalalalala Aua Aua Mann Ah, ich habe hier noch mein Hundi Braver Hundi Machste alle tot So, da ist ein Creeper Das ist ein Creeper So, hier ist Wasser, hier sind wir auch irgendwo gestorben Jawohl, hier liegt unser Zeug herum Auf Gott ist das viel So, wir haben alles, jetzt hauen wir wieder ab Zum Glück haben wir unseren Hundi da angreift Boom Hundi, schnell in Deckung Oh, da sind Creeper, meine lieben Freunde Wir ziehen uns mal Gedöns an So, so und so und so So, so und so und so Jetzt sehen wir natürlich das Iron Sword Drei Stück, meine lieben Freunde, drei Stück Drei böse Creeper Wo ist er hin? Wo ist er hin? Eine Ender Pearl haben wir schon mal Und hier geht es weiter mit den Creepern Ein zweiter Creeper So, da ist er Aua, da hat er uns weh gezahnt Ich sache Sicht ey Nein, er ist tot Unser Hundi ist tot Es hat unsere Hundi getötet Boom Verpisst euch doch mal alle Aaaaah Ich kann mal was futtern Wow, das Ding gibt aber ganz schön was zurück So Jetzt du doch, komm her Du willst kämpfen? Komm her Da hinten So, wie viel haben wir denn? Zwei Das war nicht erfreulich Nicht erfreulich, meine lieben Freunde Ich dachte, da kommen mehr Ich dachte, da kommen mehr So, vielleicht finden wir hier noch so eine Ender Herde Die hier rum wurstelt Das wäre ja erfreulich, wäre es Ich frage mich, wann auch Blaze wieder kommt Und Vermutlich ein dringender Anruf Lalalalala Da hinten Ein einsamer Enderman Die Anzugsmänner Ja, komm her Was? Der ist Buggy Oder der ist böse Wow Okay, der scheint mich zu verarschen, der Kerl Und wieder mich verarscht Komm her Der hat auch nichts gegeben Ich glaube, wir müssen dazu wirklich eine Außen-Aufnahme-Pause machen Weil dann müssen wir ein paar Nächte hier durchcrabbeln Und bis wir das geschafft haben Könnt ein bisschen Zeit vergehen Falls ihr versteht, was ich meine, meine Freunde Ich hoffe, ihr seid uns dann nicht böse oder so Weil wenn ihr jetzt die ganze Zeit guckt, wie wir die Endermans töten Äh Das wäre nicht gerade erfreulich für uns Äh, für euch So rum Für uns schon, für euch nicht So, hier ist die Schneeweachter hinten Das ist unser Iglu Äh, eigentlich eine Pyramide Das ist eindeutig eine Pyramide Hallo Spinne Jo Reh Ja, hallo, zurück Ähm Meine Sachen sind weg Alles Ich hab's aufgehoben Achso, lol Ich hab's aufgehoben Ja, du bist da hinten, gib mir das Sonst bin ich gleich tot Du kannst mich gar nicht sehen Doch, wollen wir wetten? Wie siehst du mich denn? Du warst hier irgendwo Der Name stand hier gerade Tja, ich bin der Schneewelt Ich hab jetzt, glaube ich, sechs oder sieben Endermans gekillt Und zwei Curlen bekommen Okay Das reicht nicht Das reicht nicht, nein Dazu müssen wir eine Aufnahmepause machen Alles klar Aber erst geb ich dir deine Sachen wieder, bist du noch im Haus? Ja, nein, ich bin... Aber ich töte mich, weil ich hab keinen Bock zu laufen Wo bist du nur hingerannt? Ich bin zu meinen Sachen gerannt Dann hab ich festgestellt, dass sie nicht da war und dann musste ich kurz AFK Ja, man hat's gehört, dass du AFK musst Warum? 9 Hä Telefon Ja, Telefon Da einmal Zweimal Dreimal Viermal ja die habe ich komischerweise nicht aufgehoben da war lag nichts hier hast du an ich habe eine Rüstung schon die ganze Zeit an nein du hast die ganze Zeit keine Rüstung an was ich habe keine Rüstung an nein die ganze Zeit nicht deswegen hast du meine an die ist nämlich auch schon kaputt und du hast vier oder fünf Schilder schon weggehabt ah ok hier hast du noch das da dann hast du das da ja ja ich hab noch so ein paar Pilzdinger gehabt aber die habe ich gefordert ja die waren auch mir die haben gut geschmeckt dankeschön ja bitteschön so so ah ja gut dann äh hol ich jetzt erstmal hier das Eisen raus mach das da oben rein das Raw Chicken ja und hier ist ein Kuget Ford Shop ähm ja 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 ähm genau du weißt was ich meine ne ja all gut meine lieben Freunde wir machen eine kleine Aufnahmepause für euch klein für uns groß ja genau und dann sehen wir uns gleich wieder bis gleich tschüss tschüss richtig böse Schwein das heißt wir brauchen Futter wir brauchen wir müssen noch Healing Päuschens machen dazu müssen wir nochmal in die Hölle weil wir keine Schweine da getötet haben ja und ich würde jetzt Gerd mal erstmal ne Rüstung machen ja dann mach das weil ich habe keine Rüssi ich habe keine Rüssi mehr ich habe mir vorhin ne Rüssi gemacht leider bin ich hundertmal gestorben wieder mal circa wie ihr mich kennt zweihundert Millionen mal vielleicht sogar naja ich probiere grad mal da rein zu kommen in den ETA weil sonst packt das wieder rum dann muss ich wieder Disconnect machen und so und scheiß genau das hat mit dem Freund auch das Problem war relativ unangenehm aber jetzt gehts auf Anhieb auf Anhieb jawoll so äh ein Schwert muss ich mir auch noch basteln ich habe nicht genug Schwert dabei Schwert Schwert äh was haben wir hier drin was haben wir hier drin da haben wir noch ein bisschen Holz drin da haben wir auch Holz drin so ich nehme mal äh bleib übrigens an zu übrigen 64er stecken den mach ich da rein zack zack die sollten reichen ich vermisse wie bei meiner Terraria unten rechts im Mülleimer ja ne aber sowas von so ich hoffe wir haben eine andere Chance gegen den Drachen weil ich habe selber gegen den noch nie selber gekämpft ich habe es nur schon gesehen bei einem anderen Let's Play dass es ihn gibt und dass er da hinten rum schwebt und schon fleißig um Schwein töten ja ich hole gerade die Pilze hier das mir Peuchens machen die irgendwie nicht wachsen wollen die Blöden Pilze die p-p-p-blöden Pilze Pass auf, nicht dass links neben dir geht's runter, äh, rechts neben dir geht's runter, gell? Ja, ich weiß. So, wir holen uns auch ein paar Schweinchin, da hinten die. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Oh! Feuerschleim! Feuerschleim! Blop, blop, blop. Feuerschleim! Hallo, Tod. Stirbschwein! ein gold sein habe schon mal wir brauchen die gold szene aus dem grund wir müssen die melonen damit bestimmen damit wir healing vollständig damit machen können der springt einfach mal runter selbstmord ftw du hast noch weg drauf ja merkt man meine waffe ist kaputt zum glück habe ich mir gerade einen noch mal gemacht mein kram ist auch echt kaputt also müssten da noch mal was neues machen wir brauchen ganz viele waffen die sind einfach mal runter gefallen so gut wie nix an schaden ja wie viele zähne aus zusammen er wieder erst gedrückt 4 ich will doch nur was essen